Ja, hallo meine Lieben! Wir sind zwar noch mitten in den Adventskalender, Vorbereitungen, Filme drehen und so weiter, aber unsere lieben Lieferanten haben es wirklich gut mit uns gemeint. Dafür mache ich jetzt nochmal gerade ein Extra-Video, weil wir ganz tolle neue Sachen ausgepackt haben und vielleicht braucht ja noch jemand ein Weihnachtsgeschenk und deshalb wollen wir euch das nicht vorenthalten. Und los geht es heute mit den neu eingetroffenen Sachen von Henry Christ. Einen Pulli habe ich mir schon angezogen. Das ist ein wunderschöner Baumwoll-Kaschmier-Mix-Pulli 50-50. Das ist übrigens unsere beliebteste Qualität bei Henry Christ auch. Und das ist jetzt ein bisschen ein kurzerer Pulli, der hat aber einen etwas höheren Rundhals oder einen ganz minimalen Turtle. Und in dieser wunderschönen Rippenware. Die Ärmel sind umgeschlagen, die sind angeheftet. Das kann man aber ganz einfach aufmachen, wenn man die Ärmel doch länger haben möchte. Ich finde es so ein bisschen verkürzt ganz nett. Diesen Pullover gibt es in einem wundervollen Rosé-Ton. Ganz, ganz zart. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dann finde ich auch total süß. Eine ärmellose Strickjacke, ein ärmelloser Cardigan mit einem kleinen V-Ausschnitt durchgeknöpft. Auch ein bisschen legerer, ein bisschen kastiger geschnitten. Dann euer absolutes Lieblingsteil in der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion. Die Teile gibt also dieses Strickhemd. Ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Das ist jetzt aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion noch das letzte. Ein letztes Strickhemd. Ich lege es euch ans Herz, weil ich weiß nicht, wie oft wir die Viecher nachbestellt haben. Und sie sind, also unsere Kunden sind absolut begeistert. Das Feedback ist überwältigend von diesen Strickteilen. Und die haben wir jetzt noch in der sogenannten Christmas-Kollektion. Das ist eine angedeutete Frühjahrskollektion schon. Also aber die klassische Strickqualität, aber halt in den neuen Farben. Und das ist jetzt aus der neuen Lieferung wieder reingekommen, aus reinem Kaschmir. Also dieses Strickhemd, von dem ihr nicht genug bekommen konntet, in einem zarten Beige-Ton. Aus reinem Kaschmir. Das andere ist eine Schuhrwolle. Dann gibt es nochmal kuschelige Strickjacken, auch wieder mit V-Ausschnitt. Also Basic-Strickjacken quasi. Mit einem weiteren, ja mit einem klassisch weiteren Arm, mit einem Radclan. Also es wird jetzt alles wieder, wie ihr seht, ein bisschen enger. Es wird nicht mehr ganz extrem weit. Diese wundervolle Strickjacke gibt es noch in schwarz, weil schwarze Jacken kann man ja auch nie genug haben. Ist auch die gleiche Form. Das war es jetzt von den neu eingetroffenen Henry-Christ-Sachen. Vielleicht gefällt euch ja ein Teil, kommt vorbei, ruft uns an, schickt uns eine WhatsApp. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ja, last but not least, ich habe noch zwei Teile vergessen. Im Wahn, also, hier ist nochmal ein babyblauer Kaschmir-Sweater reingekommen, auch von, also natürlich von Henry-Christ. Der ist jetzt auch ein bisschen kürzer, ein bisschen kastiger geschnitten und der hat hier einen wunderschönen, breiten Rippenbundabschluss. Auch die Ärmel sind, hat ein bisschen breiteres Strickbündchen und ja, ganz, ganz weich in der bekannten Wohlfühl-Kaschmir-Qualität eben von Henry-Christ. Dann haben wir noch einen Pulli und zwar, der ist ebenfalls in hellblau und zwar ist der etwas länger geschnitten, ihr könnt es sehen. Der hat wunderschöne Minderungen an den Ärmeln, da wo der Ärmel anfängt und hat ebenfalls einen kurzen V. Viele von euch haben ja nach V-Pulis gefragt, weil wir fast nur Rundhals- oder diese Stehkragen-Pulis hatten. Also jetzt ist wieder V dabei. Bye-bye.